Er geht ans BMWK. Kürzlich hat der Wärmepumpenhersteller Enpal sein Produkt beworben mit einem Foto, das den Ministern vertrauter Haltung mit einem der führenden Enpal-Lobbyisten im Regierungsflieger zeigt. Da würde mich zunächst interessieren, erfolgte denn diese Bewerbung des Produktes mit dem Konterfall oder mit dem Foto des Ministers im Einvernehmen mit demselbigen? Nein, das erfolgte nicht im Einvernehmen. Dann zeigt das Foto ja den Minister mit dem Co-Geschäftsführer von Enpal, Henning Rath. Da würde mich noch interessieren, um welchen Flug und welchen Grund gab es, dass sich Herr Rath in diesem Flieger befand? Den genauen Flug kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen, aber wir nehmen ja öfter auf Reisen, auf Wirtschaftsdelegationen mit. Und hier sind natürlich auch Energieunternehmen dabei und auf dieser Reise wird diese Reise auch stattgefunden haben. Und da ist es eine Art, auf Bord sicherlich kommt es dann auch zu Fotos, die dazu genutzt werden. Aber wir haben für dieses Foto keine Freigabe oder Ähnliches erteilt und es ist auch nicht in unserem Sinne gewesen. Herr Tafek-Niat. Herr Tafek-Niat. Vielen Dank.